Folgeaufgabe, du machst zwei Tore. Das erste Tor, was du machst, ist hier oben. Ich sage dir eine Farbe. An dieser Farbe sollst du dich anbieten, bei weiß dort hinten. Du kriegst den Ball, nimmst ihn an, hast noch zwei, drei Meter, bringst den Ball aber ungefähr vor der weißen Linie hier oder da ins Ziel. Danach kriegst du noch eine Farbe, rot, blau oder gelb. Du bietest dich in diesem roten, blauen oder gelben Feld an, kriegst den zweiten Ball und machst das Tor, wie du willst, dort oben. Bereit? Gelb. Oh komm, zack. Gelb. Schneller, 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 schneller. Offen. Kommando. Feuer. Gut. Blau. Blau. Aufdrehen, Schulterblick vielleicht noch. Geile Nummer. Denk nochmal dran, direkt dich umzudrehen, auch mit Schulterblick. Weiß. Oh komm. Rot. Schneller, 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 schneller. Versuch mal, schneller zu koppeln. Das heißt, wenn du den Ball schießt, auf das Ziel hier oben, nicht noch den Ball so lange hinterher zu gucken, weil du kannst es ja nicht mehr ändern. Weißt du, ob der jetzt reingeht oder nicht, kannst du nicht mehr ändern. Aber du kannst schneller am nächsten Ziel sein. Gelb. Oh, schlechter Ball. Komm, komm, komm. Blau. Schulterblick. Aufdrehen. Mach nochmal den Schulterblick, bevor du im Feld bist. Weiß. Oh komm. Gelb. Ja, sehr gut. Gelb. Rot. Ja Mann, ja Mann. Schöne Klebe. Aber auch hier versuchen, mit dem inneren Fuß zu schießen, dass du den Ball besser reindrehen kannst. Wir machen drei Durchgänge. Zweiter Durchgang ist, ich sage dir jetzt oben drei Farben. Du gehst zu der, die ich nicht aufgezählt habe. Bereit? Blau, Rot, Gelb. Kommando. Komm, 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 komm. Blau. Ja, 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 ja. Gut. Weiß, Blau, Gelb. Ja komm, ist richtig, ist richtig. Wo war der? Rot. Ja, super geschaut. Klasse, Junge. Jawohl. Blau, Rot, Weiß. Komm, 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 Blau. Ja, ja. Mach das Ding. Stark. Letzte Runde. Wie folgt. Oben sage ich dir drei Farben. Die letzte nimmste. Und hier unten sage ich jetzt zwei Mannschaften. Zum Beispiel Dortmund, äh Dortmund, Bayern. Das, was übrig bleibt, nimmst du und sagst mir vor dem Schuss noch eine Mannschaft, die in dieser Farbe spielen. Bereit? Gut. Weiß, Rot, Blau. Bayern, Schalke. Ja. Alles richtig, außer dem Tor. Gelb, Rot, Weiß. Ja. Dortmund, Paderborn. Ja. Gut. Sehr gut, Junge. Gelb, Blau, Weiß. Ja. Aachen, Schalke. Aachen, Schalke. Sehr gut. Aachen, Schalke. Ja, 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 ja. Blau, Rot, Weiß. Ja. Bielefeld, Leverkusen. Ja. Gut.